Die ersten zwölf Wochen sind, finde ich, die aufregendsten und nervenaufreibendsten Wochen in einer Schwangerschaft. Ich möchte dir in diesem Video mal mitgeben, was mir geholfen hat, was ich in den ersten zwölf Wochen verändert habe, was ich für Symptome hatte, um die Schwangerschaft festzustellen und wie es mir im Rückblick jetzt damit geht, wie es in den ersten zwölf Wochen so geklappt hat. Ich bin die Melissa, ich bin Kinderwunsch-Coach und bin selber schwanger, jetzt mit unserem dritten Baby. Und diese Schwangerschaft ist ganz anders als die Schwangerschaften davor. Deswegen finde ich das total spannend, wenn du wissen möchtest, was man so in den ersten zwölf Wochen erwarten kann und was mir geholfen hat. Vielleicht hilft es ja auch dir, vor allem diese ersten drei Monate zu überstehen. Weil manchmal ist es einfach und übersteht. Ich finde, man wartet erst im Kinderwunsch super lange darauf, einen positiven Schwangerschaftstest zu haben. Also insbesondere die Frauen aus meinem Coaching, die häufig ja auch schon länger im Kinderwunsch sind oder auch schon gewisse Hürden meistern mussten, freuen sich natürlich erst einmal grundsätzlich auf den positiven Schwangerschaftstest. Und nach der ersten Freude geht es natürlich auch weiter und man wartet dann auf den ersten Frauenarzttermin, dann wartet man darauf, dass man das Herzchen schlagen sieht. Dann wartet man auf den ersten Screening-Termin und dann wartet man darauf, dass endlich diese ersten zwölf Wochen vorbei sind. Warum ist das so? Das ist so, weil man sagt, in den ersten zwölf Wochen ist das Risiko mit am höchsten, dass es zum Beispiel zu einer Fehlgeburt kommt, dass also die Entwicklung des Kindes unterbrochen wird, aus welchen Gründen auch immer und dass es sich dann einfach nicht weiterentwickelt. Und ich möchte aber mit diesem Kanal und auch mit diesem Video die positive Seite auch durchaus zeigen, also schon eine realistische Seite, aber schon mal als kleiner Spoiler vorweg. Ich bin jetzt aktuell, wie das Video drehe, in der 17. Schwangerschaftswoche. Das heißt, es ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, aber ich finde es ganz wichtig, nochmal zu sagen, wie waren denn so die ersten zwölf Wochen? Also es fing ja alles damit an, dass ich eine ziemlich starke Einlistungsblutung hatte und das erstmal gar nicht für ein Anzeichen einer Schwangerschaft gehalten habe. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, wie unterscheide ich jetzt meine Periode zur Einlistungsblutung. Wenn dich das interessiert, bleibt gerne dran. Ich habe das zum Ende des Videos nochmal verlinkt. Und die war natürlich viel stärker, als ich das eigentlich erwartet habe und ich das eigentlich kenne. Ich hatte vorher in den Schwangerschaften auch überhaupt gar keine Blutungen und hatte erstmal auch wenig Symptome. Also was ich immer als allererstes habe, wenn ich schwanger bin, ist, dass ich vor allem am Unterbauch, dass man das ziemlich früh sieht. Also ich habe dann schon wirklich einen aufgeblähten Bauch. Also am Anfang sieht es halt aus wie ein Blähbauch. Ist es ja wahrscheinlich auch. Es kann ja noch kein Wachstum von irgendwas sein. Also das ist meistens dann tatsächlich auch ein Blähbauch. Aber das ist eines der ersten Anzeichen, die ich habe, wenn ich schwanger bin. Also vor allem so in dieser Schwangerschaft und auch in der Schwangerschaft davor, also in der zweiten. Vielleicht, weil der Körper einfach schon weiß, was da noch kommt mit dem Bauchwachstum und quasi arbeitet sich schon mal vor in die richtige Richtung. Von mir aus jedenfalls war das auch dieses Mal so. Und dann hat mein Mann, der Schwangerschaften immer schon sieht, bevor man einen positiven Test macht, gesagt, du bist bestimmt schwanger. Und ich immer so, nein, wie das manchmal so ist, dass man es dann wirklich wahr hat und auch blau auf weiß sieht auf dem Schwangerschaftstest. Ja, will man sich ja auch keine falsche Hoffnung machen. Also ich jedenfalls nicht. Und das nächste Symptom, was dann aber dazukommt, wo ich dann gedacht habe, nach dieser Blutung, ah, es könnte ja vielleicht doch sein, war erst mal neben diesem Blähbauch Übelkeit. Die hat sich echt schnell entwickelt. Also ich habe das immer so ab der fünften, sechsten Woche, man sagt so ab der siebten Woche fängt die Übelkeit so richtig an. Das stimmt auch, aber ich habe vorher schon, also ich habe vorher schon, mir war vorher schon schlecht. Und zwar durchgängig. Es hat auch nichts geholfen. Kein Trinken, kein Essen, kein Ausruhen, kein nichts. So einfach durchgängig. Ich musste mich nie übergeben, aber mir war immer schlecht. Und dann hatte ich den positiven Test gemacht an dem Tag, wo ein weiteres Anzeichen dazu kam, nämlich Brustspannen. Und zwar hat sich das so wie angefühlt wie so Nadelstiche, so ein Ziehen fühlt sich das an, wie so ein Ziehen. Und das kam dann noch dazu und dann habe ich den positiven Test gemacht und hatte am gleichen Tag noch einen Frauenarzttermin. Und in diesem Frauenarzttermin hat man tatsächlich auch schon das Herzchen schlagen sehen. Das muss so die siebte Woche gewesen sein schon. Und sonst war das immer so, dass die Ärzte mir auch geraten haben, erst wirklich in der siebten Schwangerschaftswoche zum Arzt zu gehen, weil dann die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, dass man das schlagende Herz auch schon sieht. Also ich weiß, wenn man nicht spät testet, sondern früh, dann können auch diese paar Tage echt schon eine Herausforderung sein. Aber ja, ich glaube, es lohnt sich tatsächlich zu warten bis zu diesem Termin und bis zu diesem Tag, wo einfach die Chance schon da ist, schon mehr zu sehen. Ich bin immer dann recht früh hingegangen, weil ich eine Gerinnungsstörung habe und dann gleich das Rezept brauche für ein Medikament, weil sie eben diese Gerinnungsstörung so in Schach halten soll, dass das Baby gut versorgt wird und die Gebärmutter. Und das habe ich dann auch gleich mitgenommen. Und nachdem ich das dann wusste, habe ich meine Supplements ein bisschen umgestellt. Ich nehme ja Nahrungsergänzungsmittel, weil ich von dem Konzept absolut überzeugt bin, um einfach meinen Nährstoffmangel draufzufüllen. Es gilt immer, es gibt Basics, die Frage kommt häufiger, es gibt Basics für die Schwangerschaft auch. Aber ich mache das nach dem Prinzip Messen, Machen, Messen. Erst messen, deine Werte kennen, dann die Dinge verändern, um bestimmte Mängel auszugleichen oder eins zu viel zu reduzieren und dann nochmal messen, um zu gucken, was hat das Ganze denn gebracht. Also wo haben sich Werte verändert und wo muss ich nochmal nachjustieren? Ich habe dazu übrigens auch einen Online-Kurs gemacht, der dir dabei helfen soll, diese Werte richtig einzuordnen, was ich da messen soll, welche Blutwerte, welche Wunsch- und Zielbereiche haben sich in den letzten Jahren einfach etabliert im Kinderwunsch. Die kann man auch sehr gut für die Schwangerschaft anwenden. Du wirst sehen, man erreicht diese Zielwerte in der Schwangerschaft sogar noch ein bisschen schwieriger, weil man eben einen viel höheren Nährstoffbedarf hat. Und dann auch, was sind sinnvolle Zusatzuntersuchungen, einfach mal wirklich ganz kompakt und strukturiert. Wenn dich das interessiert und du sagst, ja, das brauche ich auch auf jeden Fall, dann guck bitte unten mal in die Videobeschreibung, da habe ich ja das verlinkt. Ich habe die umgestellt, ich habe also Folsäure genommen, Folat. Ganz wichtig in der Schwangerschaft, dass es ein Folat ist, also eine bioaktive Form der Folsäure. Und dann habe ich mein Eisen, also ich habe mir das hier mal hingestellt, das Eisen nehme ich. Ich messe das mit dem Ferritinwert und gucke einfach, wie viel Eisen habe ich denn. Der Eisenbedarf steigt in der Schwangerschaft. Ich würde immer darauf achten, nicht mit einem Eisenmangel in die Schwangerschaft zu starten. Das kann man echt super schwer wieder bis gar nicht wieder aufholen in der Schwangerschaft. Dann Magnesium, das ist mein ständiger Begleiter in der Schwangerschaft. Vor allem, weil ich so zu vorzeitigen Wehen neige. Deswegen ist Magnesium, was ich gut vertrage und was gut aufgenommen werden kann vom Körper, eins meiner Must-Haves. Dann habe ich Omega-3. Das hatte ich vorher auch schon genommen. Was habe ich noch genommen? Jod für die Schilddrüse. Dann Active Beads ist so ein B-Vitamin-Komplex, niedrig dosierter B-Vitamin-Komplex. Da ist auch schon B9 mit drin, also Folsäure, 400 Mikrogramm und Aminosäuren nehme ich immer mit dazu. Ich habe auch ein Video gedreht, warum Aminosäuren so wichtig sind oder Proteine im Allgemeinen. Schaust dir gerne nochmal an, kann ich dir gerne nochmal verlinken. Genau, das habe ich gemacht und dann, als ich das alles zusammengestellt habe, hatte ich aber ein Problem und zwar diese Übelkeit. Also selbst hier das Trinken ist mir total schwer gefallen. Also mir ist wirklich von allem schlecht geworden, von Wasser, von Tee, von Saft. Marc hat mir ganz lieb alles Mögliche gekauft. Der hat mir sogar hier so Süßgetränke, so Phantan gesagt, egal jetzt, wir mischen das ein bisschen, weil ich habe fast, also ich habe wirklich, ich muss mich so zusammenzureißen, überhaupt was zu trinken. Mir ist es so schwer gefallen, diese Flüssigkeit aufzunehmen. Ich habe dann immer versucht, Essen ging besser, komischerweise, was zu essen, wo mehr Flüssigkeit drin ist. Das hat mir, also das ist mir so schwer gefallen, weil es ja irgendwelche Suppen oder sowas wie Chili, da ist ja auch viel Soße mit dabei. Also irgendwas, wo Gemüse mehr Flüssigkeit abgibt. Ich habe mir Gemüsebrühe noch extra dazu gemacht, dass irgendwie mehr Flüssigkeit, aber dass ich nicht so viel trinken muss, also übers Glas. Weil Trinken ist so, so unglaublich wichtig. Wir brauchen natürlich ausreichend Flüssigkeit, das weiß ich auch. Und dann musste ich eben Wege finden, das irgendwie auch runterzubekommen. Und ich habe das immer gemischt. Marc hat mir dann immer so ein bisschen so verschiedene Getränke gemacht und mir alle hingestellt und gesagt, ich nimmst irgendwas davon und trinkst das jetzt. Das war schon ganz besorgt. Und dann hatte ich aber das Problem, dass ich diese Supplements, das ist mir teils schwer, ist alle diese Supplements zu nehmen. Und dann musste ich halt natürlich schon ein bisschen tricksen. Alles, was ich aufmachen konnte, also warte mal, brauchen wir denn zum Beispiel Magnesium. Jetzt kommen die Lifehacks. Magnesium, das ist so eine, ich weiß nicht, ob ihr das kennen könnt, eine Weichkapsel. Und die kann man so auseinander machen, dann ist ein Pulver da drin. So, dann habe ich das gemacht und habe das entweder über mein Essen ein bisschen gemacht oder ich habe das mit in mein Getränk, was ich dann gerade trinken konnte, mitgemacht. Und habe das einfach runtergespült. Die kleinen Kapseln, die gingen sogar. Also das Iron Support, das ist relativ klein. Die sind relativ klein, das ging sogar. Und die Aminosäuren, das sind aber so harte Tabletten, wie ich beinahe gesagt. Jetzt zeige ich das auch mal, die sind so hart. Und die habe ich einfach klein gemörsert. Ich habe die so klein gemacht, das war ein Job. Aber so konnte ich die wenigstens nehmen. Die Omega-3-Kapseln, die gingen sogar ganz gut. Viele sagen, also vor allem in der Schwangerschaft mit Übelkeit, boah, wenn das nach Fisch riecht oder ich danach aufstoßen muss und ich habe einen Fischgeschmack im Mund, geht gar nicht. Die hier, die ich habe, das sind so ganz weiche Kapseln. Die könnte ich jetzt quetschen, aber ich habe ein bisschen Schiss, dass die dann kaputt geht. Und dass sich das auf dem Sofa verteilt. Das sind Algenölkapseln. Für mich riechen die gar nicht nach Fisch. Überhaupt nicht. Und auch nicht, wenn ich die schlucke, muss ich auch davon auch nicht aufstoßen. Und die haben eine ganz gute DHA- und EPA-Verteilung. Also insbesondere DHA ist in der Schwangerschaft super wichtig. Die gingen, die habe ich ganz gut schlucken können. Und alle, die ich aufmachen konnte, habe ich aufgemacht und irgendwo drüber gemacht. Weil ich ja froh war, wenn ich überhaupt was runtergekriegt habe. Dann mit dieser Übelkeit. Ganz, ganz wichtiger Tipp. Wenn du das auch hast mit dieser Übelkeit und dieser krassen Übelkeit, lass mal deine Schilddrüsenwerte checken. Häufig hängt Übelkeit mit Schilddrüsenwerten zusammen. Ich lasse meine Werte alle vier Wochen checken. Nicht nur die Schilddrüsenwerte, sondern auch andere Werte. Wie zum Beispiel mein Eisenbedarf. Und das geht häufig über die normalen klassischen Werte hinaus, die der Frauenarzt sowieso jedes Mal mitcheckt. Und natürlich, die Häufigkeit ist auch höher. Alle vier Wochen. Ich habe hier alle zwei bis drei Wochen einen Frauenarzttermin. Hatte ich auch in den ersten zwölf Wochen. Und zum Ende der zwölf Wochen ein großes Screening. Inklusive der Nackenfaltenmessung und dem Bluttest, was dazugehört. Eben mit Test auf Trisomie 21, Trisomie 18 zum Beispiel. Also das wurde dann zum Ende der zwölften Schwangerschaftswoche gemacht. Alle hatte ich andere Symptome. Andere Symptome hatte ich im Grunde nicht. Es war immer diese Übelkeit. Die ist immer im Vordergrund gewesen. Und es war immer durchgängig. Ich muss mir die ganzen zwölf Wochen nicht übergeben, aber es war mir immer schlecht. Genau. Dann, wie ging es mir mit der Unsicherheit so in den ersten zwölf Wochen? Das war in dieser Schwangerschaft tatsächlich am einfachsten. Ich weiß gar nicht, warum das so war. Aber in den anderen Schwangerschaften habe ich mir häufiger Gedanken gemacht und habe häufiger überlegt, ist alles in Ordnung und sollte ich vielleicht doch nochmal zum Arzt. Aber dieses Mal habe ich einen Arzt, der strahlt unglaublich viel Vertrauen aus und macht mir immer total Mut und ist jetzt nicht so fahrig und so. Ja, passt schon. Sondern nee, der kann alles erklären. Ja, der gibt mir einfach dieses Vertrauen, was ich glaube das Wichtigste ist in den ersten zwölf Wochen, dass man sich vertraut, dass man alles richtig macht, dass man dem Körper vertraut und dem Baby vertraut, dass das so läuft, wie es eben sein soll. Und dass man, auch wenn es nicht so sein sollte, damit auch gut zurechtkommen kann und auch da Lösungen und Wege findet. Und das hat mir dann irgendwo auch geholfen, obwohl ich ja als Kinderwunschcoach ja auch viele Geschichten schon gehört habe und auch viele Hürden schon mitbekommen habe von anderen Paaren und Frauen, die dann am Ende des Tages aber in den meisten Fällen trotzdem ihr glückliches Baby in den Armen halten. Und vielleicht hat mir das ja auch Mut gemacht, dass ich häufig Babybilder bekomme von den Babys, die dann während oder kurz nach dem Coaching entstanden sind. Das ist natürlich, vielleicht war das ja auch ein Mutmacher, wenn ich immer so drüber nachdenke. Also danke an alle Frauen, die mit mir zusammenarbeiten und auch danke an alle, die hier so liebe Kommentare schreiben. Genau. Und was ich aber auch immer wieder feststelle, ist, dass jeder auch unterschiedlich sein darf und diese zwölf Wochen auch sehr unterschiedlich erleben darf. Und das gehört am Ende des Tages auch mit dazu. Wichtig ist, dass, wenn es dir auch mal nicht gut geht in diesen zwölf Wochen, auch emotional, dass du dir jemanden suchst, mit dem du darüber sprechen kannst. Ich hatte zum Beispiel eine Hebamme. Das ist ja zwar hier auf Zyper nicht so üblich, aber ich habe mir dann eine Online-Hebamme gesucht, mit der ich regelmäßig telefoniert habe und über die wir gar nicht mal über die körperlichen Themen viel gesprochen haben, sondern hauptsächlich über diese emotionalen Themen. In der Schwangerschaft ankommen, das Kind willkommen heißen, Vertrauen haben, ja, Unsicherheiten auch akzeptieren, um dann damit besser umgehen zu können. Ich bin sonst immer Typ Verdrängung, aber kommt halt irgendwann zurück. Und sie hat mir gezeigt, was könnte ein Weg sein, und wirklich das zu akzeptieren und dann auch Wege zu finden, wie ich damit wirklich echt gut, wie ich das gut verarbeiten kann einfach. Also diese ganze Veränderung, die auch mit dem Körper passiert oder Veränderungen, die im Leben anstehen. Solche Sachen, das ist nochmal ganz, ganz wichtig gewesen. Und das können ja unterschiedliche Ansprechpartner sein. Das kann auch eine Doula sein. Das kann auch eine gute Freundin sein. Aber Hebammen, die haben einfach so unglaublich viel Erfahrung. Und das ist super wertvoll einfach. Wenn dich interessiert, was ich mit meiner Hebamme so besprochen habe oder was da auch so meine emotionalen Themen waren, die wir da besprochen haben, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Weil auch wenn du Lust hast, das zu teilen, was dich so beschäftigt oder beschäftigen würde in den ersten zwölf Wochen, kann ich da gerne auch nochmal ein Video zu machen, wenn du Lust hast. Wenn du wissen möchtest, wie es übrigens weitergeht oder wenn du selber gerade versuchst, schwanger zu werden und du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das doch gerne. Denn hier gibt es jede Woche Infos dazu, zu beiden Themen, Kinderwunsch und Schwangerschaft. Und ich freue mich natürlich, wenn du dir ein paar Tipps aus diesem Video mitnehmen konntest. Und wenn dich jetzt interessiert, sie hat am Anfang was von Einlistungsblutungen gesagt und dass sie so stark war. Ich habe ein eigenes Video dazu gedreht. Das heißt, wenn dich das interessiert, dann guck doch mal hier. Da habe ich das nochmal ganz genau erklärt, wie stark die war und was ich da so für Erfahrungen mit Blutungen gemacht habe in der Schwangerschaft, die diese zwölf Wochen auch nicht einfach gemacht haben. Aber dazu mehr in einem anderen Video. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Mach's gut!